Spaß bei der Arbeit? Schon gut gelaunt morgens zur Arbeit kommen? Freunde finden? Respekt und Fairness erleben? Und dabei erfolgreich sein und eine Zukunftsperspektive haben? Ja, genau das bieten wir dir hier bei Dömer. Mit einem Kundenanteil von 75% aus der Automobilindustrie fertigen wir Teile, die ganz bestimmt auch in deinem zukünftigen Auto verbaut werden. Wir suchen engagierte und motivierte Teamplayer. Wir suchen dich. Sägen, Schleifen, Drehen und Fräsen. Werkzeuge reinigen und demontieren. Verschleißteile austauschen oder Ersatzteile herstellen. Teile polieren, Ölen oder Fetten. Werkzeuge wieder montieren. All diese Arbeitsschritte lernst du im Werkzeugbau und erlebst in unserer eigenen Produktion direkt, wie die Werkzeuge funktionieren. Technik fasziniert mich schon immer. Hier kann ich meine Interessen so richtig ausleben. Großpressen umrüsten und Material beschaffen. Keul auflegen, Stanze einrichten, Werkzeug anstanzen und Erstteil freigeben. Produktion starten, Teile kontrollieren, messen und Letzteile sichern. Bei uns lernst du an Großpressen genauso wie an Stanz- und Biegerautomaten. Die Unterstützung der Ausbilder und Kollegen gefällt mir besonders gut. Nur mit einem qualifizierten und engagierten Team schaffen wir die Herausforderungen unserer gemeinsamen Zukunft. LKW B- oder Entlagen Wareneingang prüfen Roh-, Halb- oder Fertigwaren lagern Lieferscheine schreiben, Ware verpacken, auslagern und bereitstellen Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik ist sehr umfangreich. Die Wertschätzung eines jeden Mitarbeiters begeistert mich. Hier erfährst du Respekt. Werkzeuge und Vorrichtungen konstruieren Zeichnungen erstellen Mit Kollegen besprechen Bemaßung erneuern Zeichnungen einpflegen Ausdrucken und archivieren Eine fundierte Ausbildung ist dir garantiert. Hier macht das Lernen einfach nur Spaß. Wir sind alle miteinander auf Augenhöhe. Berufspraxis kennenlernen Qualität überprüfen Im Projektteam mitarbeiten Konstruieren Oder Präsentationen vorbereiten Das duale Studium verbindet dein Hochschulstudium zum Bachelor of Engineering an der Universität Siegen mit den Inhalten unserer Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung. Bei Dömer nehmen alle Rücksicht auf mein Studium. Dadurch kann ich meine Arbeitszeit mit dem Unitermin der Form kombinieren. Dömer unterstützt sich individuell nach deinen persönlichen Talenten und Stärken. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Dömer 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 Vielen Dank.